So, guck dir Tale of Springtrap an, das ist voll cool. Ja, hatte ich gerade auch überlegt. Das sieht halt nice aus auch, ne? Als würde man da mal was über Springtrap lernen. Ich meine, Tale of Springtrap klingt vielversprechend. Aber das gucken wir uns jetzt noch an. Aber danach sind wir raus für heute, glaube ich. Machen wir mal gucken. Vielleicht gucken wir uns noch irgendwas an. Ja, wir machen einmal den Clip. Gucken uns einmal das Video an. Springtrap in irgendeinem Haus. LOL. Hä? Was für ein Haus ist das? Da ist Freddy, oder? Da stand gerade Freddy. Was ich esse? Ich esse gerade eine Pizza. Schön mit dem Messer in der Hand. Ja, klar. Nicht irgendein Haus. Sein Haus. Ach so. Ja, Springtrap ist ja quasi die Purple Guy, ne? Im Grunde genommen steckt da ja Purple Guy drin. Und will sich jetzt selbst töten, ne? Aber das klappt doch nicht, oder? Töten funktioniert nicht. Ach nee, das ist ein Rückblick, oder? LOL, ist das Ennard? Nee, er hat geträumt. Hä, was ist das? Insane. Was passiert da? Da ist noch irgendwer im Haus. Und zwar... Freddy. Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Tee-Party. Mold'n Freddy war das. Ja, aber sah aus bisschen wie... Ennard. Ich bin immer verwirrt von diesen ganzen Tentakel-Dingern. Und da war gerade Spring Bonnie. Springtrap läuft durchs Haus. Aber wohin? Oh, ein Chica-Kopf. Grüß dich, moin. Ganz wilder Clip. Mold'n Freddy ist Ennard. Montana Freddy. Wow. Spring Bonnie. Hallöchen. Und da der Dude. Purple Guy. Er bereut die Morde. Na gut, möglich. Wo sitzt der denn da jetzt? Oh, nee. Ah, ich bin mir nicht sicher, dass das funktioniert, Brudi. Ich glaube nicht, dass... ...dass das funktioniert. Oder? Jetzt steht er wieder irgendwo in der Gasse. wieder ein Flashback, wieder ein Traum. Immer wenn er sich töten will, blickt er kurz in die Zukunft? Sicher, dass das die Zukunft ist? Das erscheint mir eher wie Träume oder sowas. Oder dass er irgendwas sieht. Dass er irgendwen sieht, den er mal... ...um den er sich mal gekümmert hat, sozusagen. Jetzt liegt er da mitten im Büro quasi. Iiih. Was mit seinem Gesicht, Alter? Oh. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen am Verwesen, ne? Das ist nicht gesund. Du sollst mal wieder was trinken und was essen. Jetzt ist er wieder in dem Haus. Das Seil ist natürlich gerissen. Oh, nein. Wo ist er denn jetzt? Funtime Freddy. Wer hängt da? Oh, ne. Nur irgendwelche Beine. Funtime Animatronics. Glitchtrapkopf. Nightmare Animatronics. Ja. Er will die Roboter reparieren? Meinst du echt? Glaube ich kaum. Er versucht mal wieder, sich die Maske abzuziehen, beziehungsweise den Springtrap-Anzug. Aber das klappt nicht. Ah. Oder doch? Ne. Nein, klappt nicht. Der Kopf ist drauf, mein Lieber. Oh. Wie überaus praktisch. Vielleicht klappt es ja damit. Oh, jetzt ist er wieder. Ah, jetzt ist er. Glitchtrap. Da ist der Freddy-Anzug. Benedikt, vielen Dank für die 2 Euro. Entschuldigung, sorry, war mein Fehler. Alles gut. Alles gut. Danke für die 2, mein Lieber. Hm. Hat er da schon überlegt, sich umzugehen? Uff. Ja, okay. Einfach durchgezogen, ne? Einfach durchgezogen. Baboom. Und immer in diesen Erinnerungssequenzen hat er keine Augen, ne? Seht ihr das? Hat immer keine Augen. Das ist... Mal wieder... Spring Bonnie. Yo. Huh? Was ist das? Da ist Puppet. Hä? What the fuck? Läuft ihr einfach zum Leben? Scrap Baby? Hä? Ich blick nichts mehr, keine Ahnung was hier passiert. Die Übersicht verloren, ich bin ja seit 10 Minuten hier. Keine Sorge, ich bin schon länger hier, aber ich habe auch die Übersicht verloren. Er will zurück zu seiner Familie und diese ist tot. Darum geht es. Ja man, ihr kennt alle die FNAF-Story viel besser als ich. Ich glaube ich muss mal richtig Videos gucken und FNAF-Story lernen. Ich raffe ja gar nichts, Alter. Ich bin so lost. Das ist nicht gut. Das ist ja die Spilo laufen. Und liegt da in der Garage auf dem Boden oder was auch immer das ist. Baby ist doch die Schwester von Springtrap. Echt? Was? Seit wann das denn? Spring Party 1955. Bunny Suit for William. Was ist das jetzt? Alter, wie Springtrap einfach aussieht. So ein abgefucktes Vieh, Alter. Was ist das jetzt? Hä? Noch ein Springtrap Anzug? Oh was? Hä? Er konnte sich den Helm abnehmen? Was? 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 Nee, Baby ist die Serie von Aftons Tochter. Ja, das meine ich doch. Nicht die Schwester. Ja, das habe ich ja auch so mitgekriegt. Hä? Und wer ist er jetzt? Jetzt ist er Afton. Oder so, ne? Heißt das Filo jetzt dann. Oder? Oder nicht? Scrap Trap? Stimmt Scrap Trap, ne? Scrap Trap. Nicht. Er ist ja voll wild. Voll verrückt. Richtig verrückt, die Story. Die Story. Die Story.